Und zwar, jetzt lernen wir was über Fahrradknotenpunkte und OpenStreetMap. Und was nach dem Vortrag kommt, das verrate ich nach dem Vortrag, aber so lange misst ihr oder dürft ihr, Christopher Lauschen, Fahrradknotenpunkte in OpenStreetMap. Bitteschön. Dankeschön. Wir haben ja schon gehört, dass das Wiki so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau ist und mein Vortrag geht auch ein wenig in die Richtung und zwar zum Thema Fahrradknotenpunkte. Da gibt es unter anderem unterschiedliche Dokumentationen und da werde ich drauf eingehen und mal sehen, wie wir das irgendwie lösen, das Ganze, dass wir da vielleicht im Wiki mal aufräumen, das Tagging-Schema mal vereinheitlichen und so weiter. Ja, wie gesagt, erst mal werde ich erläutern, was sind eigentlich Fahrradknotenpunkte in der realen Welt, also wie sieht das eigentlich aus, wo gibt es die überall? Dann werde ich, wie gesagt, schon drauf eingehen, wie ist das Tagging in OpenStreetMap, in welchen Ländern wird das wie getaggt, was wird getaggt überhaupt und wie wird das Ganze dargestellt und wo zeigen sich denn die Probleme von diesem unterschiedlichen Tagging und dann werden wir mal sehen, wie machen wir hier weiter. Vielleicht können wir dort morgen drüber diskutieren am OSM-Samstag, wie wir das Ganze genau lösen, wo wir jetzt hinkommen oder dergleichen. Ja, was sind Fahrradknotenpunkte eigentlich? Fahrradknotenpunkte sind eigentlich ein Netzwerk mit Knoten und Kanten, wie das immer so schön heißt, wird auch Knotenpunktsystem genannt oder knotenpunktbezogene Wegweisung, also da gibt es im Wiki auch eine entsprechende Dokumentation, also in der Wikipedia als solches. Wie gesagt, links habe ich am Ende meiner Folien dann nochmal alle dargestellt. In Belgien und Niederlanden ist das auch sehr verbreitet und das Ganze dient dafür, für die Erstellung von Routen oder für das Abfahren von Routen ohne einen festen Start oder Zielpunkt und das Ganze sieht dann entsprechend so aus in Deutschland oder ich sage mal so, in Brandenburg sieht es unter anderem so aus, in anderen Bundesländern könnte es etwas anders aussehen. Hier im Landkreis Elbe-Elster, wie gesagt, dass dieses Jahr das offiziell verkünden will, dass ihr Fahrradknotennetzwerk soweit fertig ist. Hier wird unter anderem die vorhandene Beschilderung benutzt, also hier sieht man oben die ganz normale Fahrradrouten und oben ist einfach so ein kleiner Würfel drauf mit einer Nummer, also das ist dreiseitig, also es ist von jeder Seite wunderschön zu sehen, an welcher Nummer oder an welchem Knotenpunkt, bin ich jetzt gerade und unten sieht man diese kleinen Schilder mit diesen Themenrouten und da stehen auch die Nummern dran, wo geht es zur nächsten Nummer und an größeren Kreuzungspunkten hat man auch entsprechende Karten, wo man dann die Übersicht sieht. In den Niederlanden oder in Belgien hat man dann so Täfelchen, wo auch die Nummer dran steht und dann so nach dem Motto, geradeaus ist diese Nummer, rechts ist diese Nummer. Hier ist in diesem Bild zu sehen, dass unten mal eine dreistellige Nummer ist. Üblicherweise sind die in Deutschland zweistellig, die Nummern, also meistens auch mit Null führend, also 0,1, 0,2, 0,3 und so weiter und das ist eigentlich auch ausreichend. Hier sind mal größere Nummern, wie gesagt, der Hintergrund, ja, wurde halt mal so gemacht. Vielleicht sind das besonders schöne Punkte oder besonders große Knotenpunkte, kann ich jetzt nicht darauf eingehen. Wie gesagt, das ist jetzt hier aus Belgisch Schlimburg und in den Niederlanden ist es halt ähnlich. Das Ganze, man kriegt dann auch an Touristeninformationen, hier sieht man das nördlich von Berlin, sieht man auch, da sind mehrere Landkreise zu sehen, hier in dieser Karte nicht zu sehen, aber um Berlin rum mehrere Landkreise, rechts vom Bahnhof geht rüber bis zum Haveland und hier sieht man auch, dass die Knotenpunkte nicht nur auf eine bestimmte Region begrenzt sind, sondern auch regionsübergreifend genutzt werden oder sich auch untereinander verbinden als solches. Und wie gesagt, das gibt es in Papierkarten, in Touristinformationen, sofern die schon fertig sind oder halt auch am Wegesrand gibt es an bestimmten Punkten solche Karten. Und wo gibt es sowas? Ich habe es schon gesagt, in Belgien, Niederlanden, in NRW gibt es das, Köln, Bonn, in der Radregion Rheinland und so weiter. Wie gesagt, im Anschluss habe ich noch Links, da kann man noch gucken. In Brandenburg ist es die Prignitz, Ostprignitz, Rupiner Seenland und der Barney, Haveland. Das ist so nördlich von Berlin und jetzt gibt es ab 2019, da ist demnächst irgendwann die offizielle Einweihung oder Verkündung, dass das Netzwerk fertig ist. Ich habe da schon viel von kartiert und bin da schon viel von abgefahren in meiner Region. Wie gesagt, da waren aber auch Nummern, wo noch keine Verweise zu den anderen Nummern sind. Das war so ein bisschen stochern im Nebel und wie gesagt, die bin ich schon abgefahren. Gibt es nicht nur für Fahrrad, gibt es auch für Wanderer oder für Inlineskates. Und wie gesagt, schauen wir uns das Ganze mal an. Wie wird das Ganze jetzt in OpenStreetMap erfasst? Also die Fahrradwege und Straßen sind üblicherweise ja schon erfasst. Das ganze Beiwerk, wie ich schon gesagt habe, da gibt es ja Wegweiser, da gibt es Karten, die da irgendwo am Wegesrand stehen. Und das spezielle Tagging ist eigentlich so aufgebaut, das ist auch bei allen Ländern gleich, dass die Knotenpunkte als Punkt auf der Straße erfasst werden, dann die Route zwischen den einzelnen Knotenpunkten und das Ganze dann in der Relation zusammengefasst wird zu einem Netzwerk. Und wie wird das jetzt im Detail gemacht? Gucken wir uns mal an, was sagt das Wiki denn dazu? Hier sind wir jetzt bei den Knotenpunkten, also das ist ein ganz normaler Punkt auf der Karte und hier wird üblicherweise eine Referenznummer angegeben, also eher eine RCN-Ref. Wie gesagt, in Deutschland ist das nicht hundertprozentig immer eine RCN-Ref, das kann auch eine LCN-Ref sein, da komme ich nachher nochmal kurz drauf ein. Und wie gesagt, das ist in allen Wikis gleich dokumentiert. Und dann geht es los, erwartete Nachbarn ist in Deutschland und England optional, in Belgien und Niederlanden ist das nicht weiter erwähnt. Und wie gesagt, ist jetzt noch nicht weiter schlimm. Etwas chaotischer wird es in dieser Vergleichstabelle, wie man das sieht. Hier werden Routenrelationen gemacht, also wie eine ganz normale Fahrradroute, wo es wirklich von einem Knotenpunkt zum anderen Knotenpunkt geht. Und man sieht hier schon ganz wunderbar in der Zeile Netzwerk LCN-RCN, dass in Deutschland da so ein Sternchen reingebastelt ist. In der Dokumentation im Wiki steht drin, so nach dem Motto, je nachdem, ob das nur grenzübergreifend ist oder nicht grenzübergreifend ist, ist das hier LCN oder RCN, das sieht man dann auch, dass das Tagging unterschiedlich ist in den Karten. Und dann von welchem Knotenpunkt zu welchem Knotenpunkt das ist, das ist nämlich sehr interessant, ist in allen anderen Ländern, mit Ausnahme von Deutschland, unter der Not angegeben. Also als Notiz, also wird nicht weiter gerendert, üblicherweise in den ganzen Karten. Und in Deutschland steht drin, es ist optional anzugeben, wie gesagt, eigentlich ist das so ein bisschen wie so ein kleines Pflichtfeld, von welchem Knotenpunkt zu welchem Knotenpunkt das ist, ist in Deutschland unter Referenz anzugeben, also unter welcher Nummer das zu finden ist. Und in den belgischen und niederländischen Dokumentationen steht explizit drin, dass das nicht zu verwenden ist, dass das Ganze nämlich Chaos in den ganzen Karten verursacht und in den ganzen Programmen. Und in Deutschland hat dann auch noch die Besonderheit, dass dann Knotenpunkte noch Narben haben können in bestimmten Regionen, so wie Bahnhof oder hier habe ich Wald und See so als Beispiel genommen. Also da stehen dann explizit die Orte da, wo dieser Knotenpunkt sich befindet, dass man die auch wiederfindet. Also in Brandenburg ist das unüblicher. Ich glaube, in NRW ist das Ganze so, dass die wirklich Namen haben als solches, diese Knotenpunkten. Ich kriege hier gerade ein Nicken aus dem Publikum. Und wie gesagt, der Betreiber kann optional angegeben werden, in Belgien. Und haben wir vorhin schon in dem Vortrag gehört zu den Wanderrouten. Es gibt auch alternative Routen. Ich sage mal so, dass man sagt, auch das ist vielleicht eine Route für Rennradfahrer. Das ist mehr so für Mountainbikes, diese Knotenpunktroute. Und dann gibt es halt, ich habe das hier mal Verbindung genannt, also der State is the Connection, also in Englisch entsprechend, das ist überall gleich. ist in Belgien, Niederlanden in der englischen Dokumentation angegeben, die Verbindung zwischen den einzelnen Regionen. Also da ist dann der eine Knotenpunkt in dem einen Netzwerk und der andere Knotenpunkt in dem anderen Netzwerk zu finden. Das sind dann halt diese Verbindungen zwischen den Landkreisen. Oder es sind ja nicht immer Landkreise als solches, es können ja auch Radregionen oder Reiseregionen sein, die das mit oder die das Verwalten entsprechend. Das ist ja erstmal das allgemeine Tagging und dann werden die Wegabschnitte hinzugefügt. Und wie gesagt, in Niederlanden und Deutschland werden auch optional die RCN-Refs, also die Knotenpunkte als solches mit hinzugefügt in der Routenrelation, was natürlich auch immer nicht so schön ankommt. Weil da merkt auch der Validator dann irgendwann rum, wo er sagt, du willst hier eine Route bauen, hast ja aber einen Punkt drin, was ja irgendwie nicht dazugehört. Da habe ich nachher auch noch ein wunderschönes Beispiel dabei, wo man dann sieht, wo das Probleme verursacht. Hier, wie man so schön sieht, habe ich jetzt die belgische Dokumentation rausgenommen. Warum habe ich die rausgenommen? Weil in der belgischen Dokumentation ist zu dem Tagging des Netzwerkes kein Wort erwähnt. Es steht nur halt drin, die ausführliche Dokumentation, siehe in der englischen Dokumentation. Deswegen habe ich hier jetzt nur die drei Länder rausgenommen oder die dreisprachigen Dokumentationen, also die deutsche ist wirklich auf Deutsch, die niederländische auf Niederländisch und die englische ist halt auf Englisch gemacht. Wie gesagt, war für mich natürlich ein bisschen schwierig, weil ich kein Niederländisch habe, aber ich habe trotzdem alles irgendwie zusammenbekommen an den ganzen Informationen. Und wie gesagt, Relation ist erstmal Typ Netzwerk und dann wieder dieses deutsche Problem, LCN, RCN, ICN, sonstiges, je nachdem, ob das über eine Grenze geht oder nicht. Da streiten sich auch, ist das jetzt regional, dann heißt das jetzt eine lokale Route, denn der Name wird angegeben, denn der Betreiber, also wer das Ganze pflegt üblicherweise und optional in Deutschland ist in der Kurzbezeichnung noch eine Referenz drin, das ist üblicherweise in der Landkreis, der dann dort mit angegeben wird. Die Mitglieder werden hier die Knoten üblicherweise und die einzelnen Routen hinzugefügt und in der englischen Dokumentation werden dann die Connections nochmal separat angefasst oder sind die dort auch hinzuzufügen. In der niederländischen, deutschen Dokumentation habe ich jetzt keine Informationen gefunden und ganz verrückt gibt es dann in der englischen Dokumentation noch die Beschreibung, steht das jetzt hier mit drauf? Ich glaube, das steht hier nicht mit bei, doch Typ Connection zur Zusammenfassung größerer Gebiete. Also da gibt es dann noch, wo mehrere Netzwerke zu einem neuen Netzwerk zusammengebastelt sind zum Thema oder Diskussionsthema wieder. Relationen sind keine Kategorien, wo es dann wieder noch größer ist. So, dann kommen wir mal zu der Darstellung. Also hier sieht man so einen Ausschnitt aus den Niederlanden, gehe ich hier noch ein bisschen drauf ein. Also wenn man diese Open Cycle Map aufruft, die kann man direkt aufrufen über osm.org, wählt man an der Seite die entsprechenden Layer aus, kann man sich das angucken. Wenn man noch weiter rausgeht, habe ich jetzt kein Foto dabei, dann sieht man wunderschön in den Niederlanden und Belgien, wie schön verbreitet das dort in der Region ist. Also Deutschland hat das auch ein bisschen. Und wenn man etwas dichter rangeht, dann sieht man hier auch entsprechend die Knotenpunkte und die Verbindung dazwischen. Und hier sieht man auch wunderschön das Beispiel. Ich gehe hier mal, sieht man das, ich denke mal ganz knapp. Da ist zweimal die 94 zu sehen. Das ist so ein Knotenpunkt, der an mehreren Stellen zu finden ist. Und zweistellige, habe ich gesagt, reichen auch aus. Reichen auch aus. Hier oben rechts sieht man wunderschön. Haben wir einmal die 11 zu finden. Und irgendwo hier unten ist auch noch mal die 11. Ist von der Sache her kein Problem. Man kommt nämlich, wenn man hier von der 87 zur, ja jetzt ist hier oben natürlich keine Nummer, würde man die 11 zum Beispiel zweimal passieren als solches. Das ist alles kein Problem. Hier sieht man einen deutschen Ausschnitt. Und hier sieht man auch schon, dass irgendwie die Farben unterschiedlich sind. Und hier geht es dann nämlich schon los bei der Darstellung, dass es mal in lila gefärbt ist oder mal in blau gefärbt ist. Das hat damit zu tun, ob das LCN oder RCN ist oder ICN. Je nachdem, wie das Ganze getaggt ist, hat das unterschiedliche Farben in der Karte. Und man sieht hier auch wunderschön die Referenznummern dran. Also aus dem Publikum ist es vielleicht ein bisschen schwerer zu erkennen. Aber hier sind kleine Nummern drunter. Und hier sieht man dann halt die Verbindung zwischen der 20 und der 21. Und das ist, wie gesagt, in der Region nicht das große Problem. Aber in Regionen, wo große Radwege zusammentreffen, wo man dann den Elberadweg hat und noch, ich sage mal, fünf weitere touristische Radwege. Dort sieht man dann natürlich einmal diese Nummern dazwischen. Und dann hat man auch diese Elbe, sonstiges, was man da an Fernwanderwegen hat, noch mit dazwischen gemischt. Als solches kann man sich jetzt nur darüber streiten, will man die Informationen sehen oder will man die jetzt nicht sehen. Und wie gesagt, das kommt natürlich von diesem unterschiedlichen Tagging. W-Mark-Trails haben wir heute auch schon einen Vortrag gehört. Werden die Knotenpunkte auch dargestellt. Das sieht man hier oben so ganz leicht. Neben diesem Wanderwegweiser ist da eine kleine 51 zu sehen. Und hier sieht man auch in der Ecke 1 bis 51. Also hier ist wieder die Verbindung zwischen dem Knoten 1 und dem Knoten 51 dargestellt, sage ich mal so. Und ja, wie gesagt, hier sieht man auch, wenn man in Details geht, zum Beispiel die 51 53, die 51 80. Hier sieht man auch, dass die Namen erfasst wird von Essen-Rellinghausen 51 zu das, was jetzt abgeschnitten ist. Weil wenn ich jetzt hier noch breiter mache, dann sieht man wieder den Text nicht. Dann ist der Text wieder zu klein. Wie gesagt, sieht man hier natürlich auch wunderschön, von wo nach wo geht das. Das ist gar nicht so verkehrt. Das ist eine ganz nette Darstellung, sage ich mal so. Aber hat halt natürlich auch wieder das Problem, dass die Knotenpunkt-Netzwerke mit den anderen normalen Routen vermischt sind als solches. In den Niederlanden habe ich ja auch mal einen Ausschnitt rausgewählt. Da sieht man auch wunderschön, dass die regionalen Wege, also die als RCN als solches gemappt sind, die Nummern ja dargestellt werden. Aber die Wege dazwischen wären natürlich nur die IDs. Da weiß ich jetzt nicht, welche IDs das sind. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt die IDs aus OSM direkt sind. Werden die nur mit Klammern dargestellt. Jetzt sieht man natürlich nicht, was ist denn das jetzt für ein Weg? Da ist die deutsche Variante nur wiederum besser. Die Sarah lächelt schon so leicht aus dem Publikum. Weitere Darstellung in OSM End. Hier sieht man das auch wunderschön unten, dass der Knotenpunkt in diesem Weg mit drin ist. Also hat er gesagt, ja, der Weg, der heißt ja so und so. Und dieser Knotenpunkt ist jetzt in vier verschiedenen Routenrelationen mit drin. Also schreibe ich diesen Text hier wunderschön hin. Das ist jetzt hier die Darstellung der von OSM End Tourenkarte, also die, die eingebaut ist. Es gibt auch noch eine Open Feeds Map. Da sieht das dann alles wieder ein bisschen anders aus. Ich weiß jetzt nicht, welche welche ist. Das eine ist das eine, das andere das andere. Hier steht das nochmal untereinander. Da habe ich jetzt hier vor lauter Text, sehe ich gar nicht, wo der Punkt jetzt eigentlich ist, der hier eigentlich irgendwo sein müsste. Hier sehe ich dann auch wieder, welche Knotenpunkte oder welche Knotenpunkte untereinander verbunden sind. Hier rechts sieht man schon RUB rund um Berlin, dass das hier auch noch andere Wege betrifft, die dann dargestellt werden. Und wenn ich jetzt hier, ich sage mal so, auf einer Strecke fünf Knotenpunkte irgendwie verbunden habe und noch sechs Wanderwege, dann kann diese Liste von Wegen immer ziemlich lang werden. Dann gibt es Auswertung der Knotenpunkte. Habe ich das mal so kurz genannt. Gibt es einen Belgier, der ein Projekt gestartet hat. Wie gesagt, das habe ich leider erst gefunden, nachdem ich mein eigenes gestartet habe. Ich nehme es hier mal vorne weg. Der hat die Auswertung der Knotenpunkte mit verschiedenen Validierungen drin. Hier habe ich mal so einen Knotenpunkt ausgewählt, der okay ist. Hier ist da zum Beispiel grün oder so eine Verbindung gezeigt, die entsprechend grün ist. Es gibt dann auch rote und orange, also unterschiedliche Farbgebungen. Da sieht man dann die Längen dazwischen. Wie lang ist dieser Weg? In welchem Netzwerk ist er drin? Und wie gesagt, der hat da vielseitige Prüfungen drin. Der prüft dann auch, ob dieser Weg irgendwie befahrbar ist für Fahrradfahrer oder halt nicht befahrbar ist für Fahrradfahrer. Also ob diese Routenrelation hier überhaupt stimmt, ob irgendwelche Informationen fehlen. Und hier hat er natürlich jetzt auch das Problem, dass er sagt, habe ich hier noch eine Grafik dazu. Ja, hier habe ich noch eine kleine Grafik dazu. Hier sieht man dann auch, dass er sagt, ja, ich habe hier irgendwie für diese Routen oder für dieses Netzwerk als solches, Landkreis Ost-Pregnats-Rupin, 170 Fehler gefunden. Das ist natürlich klar, weil das Tagging in Deutschland komplett anders ist wie in Belgien und Niederlanden. Das macht natürlich auch Probleme bei der Auswertung, wie man hier sieht. Knoten und Routen, wie gesagt, die werden einfach durchgezählt und da werden entsprechende Fehler gefunden. Hier sind auch wirklich echte Fehler drin. Hier sieht man auch in diesem Check Nummer 2, Integritätscheck, also nach dem Motto, wie viele Routen habe ich erwartet, wie viele habe ich gefunden. Hier werden irgendwie drei erwartet, also drei Verbindungen zu weiteren Knotenpunkten und es werden vier Hatter gefunden in der Datenbank. Also da stimmt auch irgendwas wirklich nicht. Also das hat jetzt nicht mit dem deutschen oder niederländischen oder internationalen Tagging zu tun. Und er hat natürlich hier noch weitere Auswertungen drin für andere Fortbewegungsmittel, also auch für Inlineskate, für Wanderer und so weiter. Hat diese aber so ein bisschen unflexibel drin, dass er die immer so als solches ergänzen muss im Nachhinein. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, ich habe mal selber was gebastelt, um zu sehen, wie sieht es denn eigentlich auf dieser Karte aus mit diesen ganzen Verbindungen, wo sind Knotenpunkte, was stimmt hier eventuell nicht. Habe ich mir erstmal hier so eine kleine Karte gebaut, wo ich sage, das sind die Wege, das sind die Knotenpunkte und habe mir so ein paar Informationen daraus geholt und natürlich nicht ganz so umfangreiche Prüfungen wie auf dieser anderen Karte gemacht. Und wie gesagt, hier sieht man dann auch sowas, dass ich hier irgendwie erwartet drei habe und gefunden sechs oder sowas. Da habe ich dann auch irgendwie mehrere Relationen gefunden, die dazwischen sind, wo ich mir dann erstmal sage, was steht denn hier drin. Habe auch dann versucht, alle Varianten mal durchzuspielen, also die Niederländische und die Deutsche, das Tagging-Schema mal so ein bisschen auseinanderzunehmen und zu sagen, kriege ich das dann alles irgendwie erstmal in eine Datenbank oder in einen gleichen Stand rein. Habe ich so einigermaßen hingekriegt. Und wie gesagt, eine kleine Fehlerprüfung habe ich auch drin. Hier habe ich so verwaiste Knoten, die ich irgendwie keinem Netzwerk zuweisen konnte. Und das ist jetzt hier so die Karte von Europa. Fassen wir das Ganze mal zusammen. Also jedes Land, wie ich schon gesagt habe, wird unterschiedlich erfasst, getaggt. Also es gibt ein deutsches Schema, eine internationale, englische Beschreibung, Niederlanden, die so ziemlich ähnlich sind. Das erschwert natürlich das Erstellen von bestimmten Kartenstilen oder beziehungsweise die Auswertung macht da schwierig, die Fehlerprüfung. Und das hindert natürlich auch daran, das Ganze irgendwie weiter in Anführungszeichen zu vermarkten und irgendwelche Tools zu bauen, wo man sagt, ach, gebe ich dem mal doch irgendwas zur Planung in der Hand. Das wäre nämlich so mein Ziel von meiner Anwendung, wo ich sage, ich will an dem knappen Knotenpunkt starten, weil ich habe hier Urlaub und wo kann ich denn hinfahren, um noch das und das zu sehen. Wäre es natürlich schön, aber das muss man dann für jede Region dann wieder separat erfassen. Also wie gesagt, die Weiterverwendung ist schwierig. Ein Ziel wäre natürlich, ein internationales Schema zu finden beziehungsweise an dem niederländischen oder internationalen Ange gebaut, sage ich mal so, dass das wirklich vereinheitlicht wird und dass sich dann alle darauf einstellen können, das ist das Tagging-Schema. So werden diese Fahrradknotenpunkte getaggt. Hier habe ich nochmal so eine Zusammenfassung, wo noch Informationen zu finden sind beziehungsweise wo man sich noch tiefer in das Thema einlesen kann. Also Wikipedia gibt es einen Artikel, wo es mal allgemein beschrieben wird. Dann gibt es Wiki-Artikel. Einige habe ich wirklich erst so kurz vor Schluss gefunden. Hier ist im deutschen Namenschema Fahrradrouten-Tagging zu finden. Dann gibt es ein Cycle-Node-Network-Tagging. Dann gibt es ein Feeds-Routes, einfach nur so, wo das mittendrin steht, in der Fahrradrouten-Dokumentation. Und im Belgischen ist es dann auch in Projekt Belgien, Konvention, Fahrradrouten, so das vierte, fünfte Untermenü, wo man es dann irgendwo findet. Es gibt durchaus noch irgendein anderes Land, das das dokumentiert hat. Die Dokumentation habe ich dann eventuell noch nicht gefunden. Da kann mir die Hannah vielleicht mal irgendwie weiterhelfen. Vielleicht hätte ich das irgendwo schon entdeckt, ob es da noch irgendwas gibt. Ja, wie gesagt, hier habe ich nochmal die Region zusammengefasst, die ich so im Netz gefunden habe. In Aachen gibt es unter anderem Wandern, habe ich gefunden. Und wie gesagt, hier sind nochmal die Links zu den ganzen Projekten, die ich so erwähnt habe. Und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Und stehe für Fragen bereit. Herzlichen Dank. Gibt es Fragen dazu? Natürlich. Zachra, bitte. Danke, ich wusste nicht, dass dich das in Deutschland auch so weit verbreitet hat. Das war auf jeden Fall eine neue Information für mich. Also kurz zur Verteidigung, wegen der fehlenden Namen in Wemag Trails. Das ist ein Bug. Da wurde die Note mal angezeigt in Belgien, die diese hatte. Das ist irgendwann mal rausgefallen bei irgendeinem Update. Hat sich leider niemand beschwert. Also das werde ich mal ändern irgendwann. Aber was ich eigentlich sagen wollte, also was mich als Kartenmacher, was ich schön fände, ist, wenn diese Routen speziell getaggt werden. Wenn es also einen Tag gibt, das ist eine Netzwerkroute. Weil dann kann man nämlich die Routen filtern und kann spezielle Behandlungen machen. Was ich überhaupt nicht gut finde, ist der Missbrauch von den Namen und den Rev-Tags. Auch da fände ich es gut, wenn man spezielle Tags sich ausdenkt und sagt, okay, das geht from, tu oder irgendetwas in die Richtung. Also das würde uns das Leben leichter machen. Ja, also es gab da auch, wie gesagt, schon im Forum eine Diskussion drüber. Die habe ich jetzt nicht weiter angestoßen. Wo ich denke, präsentiere ich erst mal, was ich so gefunden habe. Das ist vielleicht erst mal so der erste Weg. So nach dem Motto, dass da ist Stand und wir wollen ja irgendwo hin. Können wir gerne drüber reden. So nach dem Motto, was jetzt die sinnvollsten Tags sind oder welches Tagging wirklich da sinnvoll ist. Und wie gesagt, das ist mir wirklich bei der Erstellung der Präsentation aufgefallen, dass in den Niederlanden wirklich die IDs in Klammern stehen. Wo ich denke, die Informationen sind noch nicht da. Habe ich jetzt auch irgendwie nicht erwartet, dass das irgendwie angezeigt wird. Also das war jetzt keine Kritik als solches. Eine Bemerkung dazu. Ein bisschen näher dran. Ach so, einfach näher ran. Meine Bemerkung dazu, die, es ist eigentlich bis auf die deutsche Sondervariante immer von RCN-Refs in allen Ländern bisher gemacht worden und nur die Deutschen haben dann angefangen zu diskutieren, ob diese Kategorie, ob das nicht auch LCN-Ref ist. Meiner Meinung nach ist die Kategorie sowieso sinnlos bei Knotenpunktnetzwerken. Bei Routen kann man durchaus sagen, Weg 100 Kilometer überschreitet keine Landesgrenze, ist ein lokaler Weg, etwas länger ist, entsprechend national oder international. Man sollte eigentlich von diesem RCN-Ref insgesamt weggehen und eine eigene Kategorie machen. Wurde ja auch schon vorgeschlagen, für entsprechend die Knotenpunktnetzwerkerouten, um sie unterscheidbar zu machen. Dann noch eine Bemerkung zu deinen Farben. Es ist eigentlich geregelt, dass in Deutschland die Knotenpunkte rot dargestellt werden, in Holland blau und im Belgien grün. Das ist jetzt nur in der Cycle Map einfach falsch entsprechend implementiert. Also wie gesagt, die Open Cycle Map. Ich bin jetzt nur auf die Farben drauf eingegangen, weil die unterschiedlich waren, wo man hier gesehen hat, dass da mal LCN-Ref gemacht wurde in einer Ecke. Und wie gesagt, wenn man jetzt sagt, wie gesagt, das RCN-Ref ist ja explizit nur an den Knotenpunkten dran und die Route selber ist ja dann RCN-Ref, je nachdem in Deutschland, wie weit die sind. Aber üblicherweise sind die ja auch nur, ich sage mal so, ich habe auch schon welche gefunden, die unter 100 Meter sind. Also die gingen wirklich unter der Bahn einmal durch und da war eine neue Nummer. Bei dem niederländischen Beispiel, was ich vorhin hatte, da ist die Nummer wirklich, ich habe es auch in Deutschland schon gesehen, wirklich mal 500 Meter auseinander, eine und die gleiche Nummer als solches. Und wie gesagt, die sind wirklich, ich sage mal vielleicht maximal 10 Kilometer auseinander, das war so grob geschätzt, so eine Route. Und demnach sind das eigentlich, ja, könnte man sagen, fast lokale Routen, außer sie gehen wieder bei Grenzen oder sogar über internationale, dann könnten es auch wieder internationale sein. Wie gesagt, daher fände ich die Festlegung von den Niederländern und den Belgiern gar nicht verkehrt, zu sagen, wir machen das einheitlich, diese Routen zwischen den Knotenpunkten, weil das ist alles irgendwo ein regionales Netzwerk und es ist ein Teil des Netzwerks, was regional ist. Ja, es ist aber so, dass sehr nah beieinander liegende Knoten mit der gleichen Knotennummer durchaus ein Knoten sind. Das ist richtig. Ich darf Beispiel aus Radrevier Ruhr bringen, das sind meistens Brücken, die beidseitig befahrbar sind, dann wird der Knoten eben nicht auf einen Punkt reduziert, sondern da auf beiden Seiten man die Brücke mit dem Rad, die Straße, die große Straße nicht überqueren kann, werden Varianten geführt, also rechte, linke Seite und Doppelungen sind im Netzwerk erlaubt, aber dann auch nur im lokalen Kontext immer eindeutig. Das heißt, Radrevier Ruhr hat über 300 Knotenpunkte, da werden halt alle Knoten drei- oder viermal entsprechend aufgeführt, damit sie nur zweistellig sind. Ich gucke mal gerade im Wiki zu dem Thema, hier haben wir auch so ein Beispiel drin, das ist jetzt im englischen Wiki, wo auch so ein Knotenpunkt, wie du schon sagst, einmal auf der einen Kreuzung und einmal auf dem anderen Stück von der Kreuzung zu finden, beziehungsweise hier unten ist auch nochmal die 26, also die ist hier dreimal zum Beispiel vergeben, also die Knotenpunkte sind auch direkt auf der Straße oder auf den Kreuzungspunkten drauf. Also wie gesagt, das ist hier wirklich auch in der englischen Dokumentation so zu finden, dass es sowas gibt und wie das Problem in Anführungszeichen gelöst wird. Das belgische Tool behandelt es auch, beschreibt es nur noch nicht. Jetzt hatten wir noch eine Frage. Ja, ich bin nicht ganz sicher, ob ich richtig verstanden habe, also diese tatsächlichen Routen zwischen den Punkten, die werden persistiert in der OSM und wenn ja, werden sie handgepflegt oder maschinell geroutet? Also wie gesagt, als solches geroutet werden sie nicht, also das ist ganz normal wie eine Route, die erfasst wird, wie eine Bundesstraße, die wird eigentlich per Hand gepflegt und gemacht, sage ich mal so, also in der realen Welt führt die auch nicht von Nummer zu Nummer auf direkten Wege, also die kann auch komplett einen Umweg gehen und es gibt auch Alternativen als solches. Okay, weil dann sollten wir uns vielleicht mal unterhalten, weil mit B-Router kann man eigentlich relativ leicht über so ein Netzwerk routen, also im Moment ist eben einfach nur diese vier Netzwerke von ICN bis RCN drin, aber wenn man da noch ein weiteres Netzwerk reintut, kann man relativ einfach das Profil so modifizieren, dass er ganz einfach über das Netzwerk routet. Ja, wie gesagt, wäre so, dass man von einer Nummer zur anderen Nummer über ein ganz normales Netzwerk routing als solches machen kann, ja. Wie gesagt, es ist auch irgendwo die Zukunftsvision, wenn das mal irgendwann einheitlich ist, dass man da wirklich mal eine Anwendung draus baut, wo man dann wirklich entsprechend drüber routen kann und wirklich das Ding komplett durchplant, wo man sagt, ich fahre jetzt so und dass man das in sein Navigationsgerät oder auf sein Handy dann raufladen kann oder einen GPX-Track rausbekommt, der dann entsprechend routet es irgendwo. Der NRW-Router hat aber auch schon die Einstellung, dass man über das Netzwerk Knotenpunkte routen kann. Es ist halt nur so, man kann als Start- und Zielpunkt den Knotenpunkt noch nicht angeben. Das kann aber der Open-Feeds-Router beispielsweise, der allerdings Deutschland dann entsprechend momentan noch auslässt. Ja, wie gesagt, mit Routing also sowas ist... Also Ansätze sind da und es sind auch schon verschiedene von Rattre-Virur, sind auch Apps angekündigt worden, die aber zu diesem Sommer, die noch nicht herausgegeben worden sind, die das können sollen. Also wie gesagt, mit dem Routing habe ich mich jetzt noch nicht intensiv beschäftigt. Ich war jetzt erstmal bei den Grundlagen mehr und wie gesagt, das Routing ist wirklich Zukunftsvision und ich habe hier nur 20 Minuten beziehungsweise mit Diskussion eine halbe Stunde. Sonst hätte das jetzt noch ausgeufert und meine Arbeit wäre etwas größer geworden. Mit dem NRW-Rad-Routenplaner kann man zum Beispiel im Kreis Viersen schon durchaus entsprechend routen. Es ist also nicht so, dass es nicht verursacht wird. Das hatte ich auch schon bei der Recherche so ein bisschen nebenbei gesehen, ja.